Boah, sind das viele in diesem Wald hier. Noch drei Hits, die ich kassieren kann. Oh shit, he's seen Zwei up. Oh, Alter, ist das... Mies. Wenn ich sie nicht zu schnell... nicht schnell genug kille, dann... explodieren sie und... Ich zieh mir zwei ab. Zwei? Mies. Yo! Fuck you, man! Alfred Hitchcock. Ich ziehe einzelne Buchstaben kann ich alle... zielt sicher. Das war auch noch gut. Schnell und präzise alles. Das nicht mehr. Ja? Ja? Psychotic? Aaaaaah Aaaaaah Yo Wie viel Leben ich da verloren hab? Mies Wenn ich denke, ein Part wird gut, dann hauen die mir Viecher, die... Zwei abziehen Entgegen Sorry We caught that motherfucker on the can. I didn't realize that was a component of mutant behavior This is going in my report. You're mentioning a mutant taking a dump in your report. Well anything that could be exploited as a weakness Ah Madness unleashed by human error from the murky depths of mystery it has come to more It has come to murder It has come to feed It came from The fetid water Can you give us a fucking moment? Okay Ready Three Two One My paper beats you a rock A fucking You have the right to remain fucking silent You have the right to an attorney Anything you say can and fucking will You have the right to go You just made my fucking day Egal Ich muss ja nicht schießen Ich muss ja nur tippen Ah, das Wort hätte ich nicht sehr in die tippen können Auch wenn ich schnell wäre... also müsste ich ja richtig schnell sein ... ... ... ... ... ... ... ... der fackquotient ist ziemlich hoch in diesem spiel das hätte ich vielleicht noch zu ende tippen kann ich ganz ganz schnell ja also doch das war noch im bereich des möglichen das ist nicht das wort war scheiße facken skyrath skyraths fliedermäuse habe ich den dritten hit drauf bekommen ich habe mich extra beeilt oh lol cool das ist cool ich krieg dich ich werde auch gerade in löl angeschrieben na ich weiß nicht ob es ein e oder ein l war ich habe ihr getippt aber ich glaube das hätte auch l sein können es war glaube ich ein l aber beides angenommen die musik ist cool ich bin nicht cool komm ich will ihm schaden machen ja noch ein zwei hits so ein hit vielleicht noch mir schaut es nicht so gut ich glaube ich bin noch mal das ist ja nicht so gut ich bin noch mal aber ich meine großartig ist aber auch mal was cool finde ich gut die die boss mechaniken sind ja relativ einfach wiederholen sich die ein bisschen schluss, ich meine was... Oh, quit whining, du p***er! Ich habe uns hier, nicht ich? F***! Du bist immer wieder mit dem Land und Westen? Isaac... Warte! Es gibt nur so viel von diesem Schein ein Bruder kann. Ich möchte, wenn es sich um das zu wissen, ich werde nicht in der Lage sein, wenn du mit Caesar getötetst. Ich möchte, dass du dich versuchen! Ich bin ehrlich! Ich verzei die fuckinge sentiment, aber es ist nicht notwendig. Ich mache das, was ich muss machen. Ich muss eine Justiz für mein Mann sein. Und wie ich das sehe, du bist mit mir 100 Prozent. Und ich auch das empfiehlt. Aber wir sind durch die Scheiße. Du musst nicht weiterentwickeln alle fucking Dinge. Ich weiß, du hast meine Brücke. Das ist genug. Ich liebe dich auch, Mann. Genau, das ist es. Die prison, dann? Fuckin' leid der Weg, Montel. Jo. Ein Tod hat sich ein bisschen erhöht, im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schätze mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen.